Hi Leute, Willkommen bei Tupac VR. Heute wollte ich mit euch zusammen Whitening Days zocken. Das ist ein Spiel, wo man als Wikinger überleben muss. So ein Tagsablauf wird gespickt mit Minispielchen. Ich bin gespannt, was uns so erwartet. Ich habe nur vom Sifi ein Review gelesen. Er war jetzt nicht so mega begeistert davon. Lass uns mal selber überraschen und ich würde sagen, viel Spaß. Hit the Targets. Es sieht aus, als ob wir mit der Axt irgendwas machen müssen. Da ist eine Äxte. Ah, hier kommt schon eine. Die Physik ist gar nicht so schlecht jetzt. Ich werde nur scheiße. Ah, so läufts. Jaaa! Huuho! 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 Der Stott von 1A. Huuho! 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 Schrappen die Ecke. Both sides. Ok. Wow! Oh! Okay. Und war gut genug? Jawoll! Okay, ziemlich kurze Spiele, das hat der Ziffy auch bemängelt. Wie lange waren wir jetzt dran? 15 Sekunden? 20? Burn these ships. So, eigentlich vom Grafikstil her gefällt es mir. Müssen wir jetzt werfen die Dinger? Okay. Also ich mag so ein Grafikstil auf jeden Fall. Muss nicht immer diese mega AAA Grafik sein. Ja, wir haben drei Tage überlebt. Aber die Spiele hätten sie wirklich ein bisschen länger machen können. Dass jedes Spiel so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Minuten läuft. Okay. Okay. Ah, immer wenn der auch, okay. Hey. Ah, das war falsch. Mach mal, mach was. Yeah! Anscheinend hat er doch trotzdem überlebt. Defend from arrows. Okay. Jetzt fliegt wahrscheinlich Pfeiler auf uns zu. Vermute ich mal. Ich bin tot. Vier Tage war schlecht. Ja, ein bisschen mehr, äh, Begeisterung bitte. Okay, legen wir nochmal los. Okay, hier sind wir wieder. Eben haben wir, äh, das nicht geschafft. Jetzt will ich es aber überleben. Vielleicht kann ich die auch so schnetzeln. Nee, kann ich nicht. Okay, wir haben über den Tag jetzt. Cross the bridge. Okay, mal schauen, wie das funktioniert. Ah, jetzt müssen wir mit dem Kopf lenken. Wir müssen nicht runterruppen. Oh, der Wind hat sich gerät. Wir müssen wieder links lenken. Oh, jetzt kommt der Wind schnacken. Den merken wir direkt. Okay, wir haben es geschafft. Odin hat Dank. Yeah! Wuhu! 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 Hammer the blade. Wait for the glow. Okay. Okay. Das kriegen wir hin, oder? Okay. Wir sind schlecht. Oder ich bin schlecht. Wie soll das funktionieren? 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 Okay, aber weil ich ein Schwert nicht geschafft habe. Okay. Okay, man muss jetzt nicht direkt von vorne anfangen. Ist gar nicht so schlecht. Weil es würde echt nerven. Ha! Ihr könnt mich mal. Das war alles? Yeah! Huhu! Finish every Booth. Okay, jetzt müssen wir trinken, oder was? Das kriegen wir hin, oder? Das ist einfach. Trinken können wir als Wikinger. Yeah! Ja! Wuhu! 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 Uhuuu! 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 Hit the drums! Oh! Unum, tot, unum, tot, unum! Hey! Hey! Töty! Wir haben wieder was zu futtern. Sehr schön. Für unsere Chips war auch leicht. So, jetzt versuchen wir den perfekten Wurf. Ah, der war nicht perfekt. Der war mal gar nichts. Okay, wir müssen ein bisschen weiter zurück. Der könnte was werden. Yeah! Hammer the Blade. Okay, jetzt kommt wieder unsere Angstdisziplin. Ah, okay. Haben wir es geschafft. Sechs Tage. Duck and Cover. Also das hatten wir noch nicht. Oh. Okay. Wir kommen denn mal näher scheinbar. Ich kann mich auch nicht wehren. Böter Drache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was ist der Sinn jetzt? Ich kann doch nicht mal so schwer draufheben. oder? Nö. Toll. Ich kann gar nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Also keine Ahnung was das jetzt war. Okay Leute, das war Viking Days. Ich würde sagen wir beenden hier die Folge. Ja, was kann man sagen. Es ist ein nettes Spiel. Also Grafikstil gefällt mir. Die Sound, wie ihr gerade hört, passend zum Spiel und zum Setting. Ja, mir gefiel jetzt nicht, dass die Minigames super schnell zu Ende waren. Also da erwarte ich schon so ein bisschen 2, 3, 4 Minuten Spielzeit von den Minigames. Und ja, vom gesamten Spiel fehlt mir die Langzeitmotivation. Ich weiß nicht, was hält mich jetzt bei dem Spiel, dass ich das mal wirklich 3, 4, 5 Stunden durchzocke. Also momentan sehe ich das nicht. Aber vielleicht haut der Entwickler dann noch irgendwelche Updates raus, dass das Spiel so ein bisschen Langzeitmotivationsschub entwickelt. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, haut ein Like raus. Kontrolliert, ob ihr noch kein Abo gegeben habt. Wenn nicht, wäre cool, wenn ihr mir ein Abo geben würdet. Würde mich freuen. Bringt meinen Kanal nach oben. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020